Mein Song ist ein Musikprojekt mit Schülern und Schülerinnen der EMI Krause Schule Hamburg. Die Jugendlichen haben während eines Schuljahres ihre eigenen Songs entwickelt und werden von professionellen Musikern und einer Schülerinnen begleitet. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und erzählen uns Geschichten aus ihrem Leben, von ihren Sorgen und Hoffnungen. Die gemeinsamen Proben mit den professionellen Musikern des Kammer Ensemble Konsonanz sind für alle eine große Freude und es ist toll wie sich durch die Musik verschiedene Welten verbinden. Hallo, mein Name ist Martha. Mein Lied heißt Lass dich leiden vom Wind. In meinem Lied geht es darum, sich einfach leiden zu lassen, die Probleme, die man hat, einfach für den einen Moment zur Seite zu schieben. Hi, ich bin Milou und mein Song heißt The Forest und es geht darum, immer man selbst zu sein und sich nicht von anderen ablecken zu lassen von dem, was man will. Und The Forest, also der Wald, ist wie eine Art Metapher für man selbst. Dass man zu sich selbst zurückkommen soll und immer das tun soll, was man für richtig hält. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020